Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Keep Talking and Nobody Explodes. Ich habe wieder ein paar Experten am Start, die mir beim Entschärfen der Bombe helfen. Das sind Arne, Moin, Smikus, Hallo, Hallo und Ute. Ja, der wieder nichts sagt. Okay, Pick Up The Pace 2. Das weiß ich nicht. Ja. Und Ute. Hallo. Jawohl, er sagt doch was. Okay, wir haben zweieinhalb Minuten Zeit. Das ist jetzt ein Scherz. Für fünf Module. Das ist kein Scherz. Geht schon los oder reden wir einfach über die Zeit? Ich rede noch darüber, ich habe noch nicht auf Start geklickt. Okay, Leute, macht euch bereit, das wird hart. Auf geht's. Komm. Ja, er lädt, er lädt. Äh, Kabel. Äh, 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 Lukas, genau. Weiß, weiß, gelb. Ja. Ich habe, äh, Arne, ich habe zwei Buttons für dich. Ja. So. Vier, vier Batterien. Seriennummer, brauchst du die? Nee. Ja, doch, ich glaube, den letzten. Letzter Buchstaben, eine zwei. Lit Indicators, FRK und NSA. Beide Buttons sind weiß. Einer sagt Hold. Guck den erstmal nach. Smikus, Symbole. Hätte ich dir vorher sagen sollen. Ja. Omega, A, E, gespiegeltes N, ungleich. Nochmal bitte. Omega, A, E, gespiegeltes N, ungleich. Pass auf das zweite. Danke. Nehmen wir ein neues, komm. Drücken und wieder loslassen, weiß und Hold. Moment. Äh, für dich, äh, weißer Detonate-Button. Äh, auch. Nein, drück, halt, Arne, drücken und loslassen, den Hold. Sofort loslassen. Ja. Okay, und der weiße Detonate auch? Ja. Perfekt. Äh, ihr beide könnt mal bitte Who's on first raussuchen, Smikus? Ähm, ja. Ungleich, A, E, das N und dann die Omega. Okay, und nur noch Who's on first als letztes Modul. Den Rest haben wir schon. Okay. You are im Display, zwei Worte. Unten rechts. You're, you apostroph, R, E. Warte, A. You? Hab ich. Ja, so. Eine Minute Restzeit. You're mit apostroph, you apostroph, R, E. Äh, Mitte, rechts. Middle. Was? Middle? Middle. Blank ausgeschrieben. Hab ich. 45 Sekunden. Says, S-A-Y-S. Unten rechts. Hold, H-O-L-D. Ähm, you are. Nein. Abostroph, you. Also, uh, 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 uh hab ich. Uh, nur ein Uh. Uh, ich wollt grad sagen, nein. Sehr gut. Cool, Leute. Im ersten Versuch und noch 29 Sekunden über gehabt. Easy. Easy. Das ist doch noch einfache Rätsel. Ja, das stimmt. Wäre so ein complicated wire oder sowas und, äh. Und zweimal button. Ja, zweimal button war natürlich gut. Vor allem, dass man beide sofort loslassen konnte und nicht warten musste, war gut. Ja, man muss ja auch mal Glück haben. Ah, aber das heißt natürlich, wir müssen direkt noch eine Bombe machen. Das ist ja sonst hier kurz zu kurz. Ah, los. Gott. Ich hab grad den Namen gelesen. No room for error. Das klingt so, als hätten wir keine Strikes. Ja, genau so ist es auch. Oh, okay. Fünf Module, fünf Minuten Zeit, aber keinen einzigen Fehler. Bitte keinen mehr machen. Wie viele Module? Fünf. Okay. Oh, Leute, kommt. Es ist Mikos Symbole. Lukas Kabel. Ja. Rot, 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 weiß. Viermal rot, einmal weiß. Ja. Symbole für dich. Smiley. P. Also Zeilenumbruch, T, B und so eine 3 mit dem Schlenker dran. Arne, für dich hätte ich auch Kabel. Ja, sag an. Gelb, schwarz, schwarz, weiß. Gelb, schwarz, schwarz, weiß. Hast du Symbole? Beides Kabel. Sehr gut. You, hier, who's on first raussuchen, Lukas? Ja. Smikos? Äh, zweites. Ja, warte, warte, ich bin noch nicht so weit. Okay. Arne, Memory raussuchen. Oh, nee. Hat nur fünf Stages der Memory, kein Problem. Ja, wie immer. Okay, was steht drinne? Okay, Smikos? Smiley, BB, P und die drei. Alles klar, du bitte auch Memory mitmachen. Äh, who's on first? Lead im Display. L-E-A-D. Äh, ganz unten rechts. What mit Fragezeichen. Im Display übrigens, achso, äh, Memory, eine Eins. Äh, zweite Position. Ist eine Zwei. Lukas? You, also du auf Englisch. Nein. Bold. Yep. Display? Display, eine Eins. Lukas, für dich sehr. T-H-E-I-R. Label vier. Genau. Ist die zweite Position. Mitte rechts. Äh, ist es gerade dunkel geworden? Right. R-I-G-H-T. Im Display, eine Eins. Yes, nothing ready. Moment, Moment, Moment. Ich kann das gerade schlecht lesen. Äh, nothing. Label vier. Ist die zweite Position. Lukas, sehr. T-H-E-I-R. Kann man gar nicht tun. Ja, ist nochmal. Im Display, eine Eins. Mitte rechts. Äh, nothing. Position. Position zwei. Ist eine Zwei. Label zwei, okay. Ja. Ein Display, eine vier. Lukas. Ein Wort U mit drei H. Nein. Right. Äh, Moment. Nein. Okay. Label vier ist korrekt. Okay, habe ich auch nicht. Middle. Yes. Blank. Blank. Glaub ich. Moment. Middle. Yes. Blank. Ist das erste. Jawohl. Geschafft, Leute. Boah. Zwei Minuten achtundzwanzig über. Läuft doch. Yes. Leicht. Easy. Oh. Wir haben, wir haben eine Errungenschaft. Trust the expert. Ja, kein Fehler. Wie viel Zeit hatten wir noch? Bitte? Wie viel Zeit hatten wir noch? Zwei Minuten achtundzwanzig hatten wir noch über. Echt? Ja, waren richtig gut dabei. Ja, Leute, das läuft hier, ne? Also. Wir haben jetzt noch, wir haben jetzt noch eine Bombe hier in diesem Moderate, äh, in der Moderate-Section. Sollen wir die noch machen? Auf jeden Fall. Alles klar, dann machen wir die noch. Gibt es diesmal drei. Oh. Ich glaube, die machen wir lieber in einer Extra-Folge, wa? Oh. Wieso? Acht Module? In acht Minuten? Ja. In wie vielen Minuten? Acht? Ja. Also ich, ja, dann beginnt hier mit die Extra-Folge. Herzlich Willkommen. Okay, dann beginnt hier die Extra-Folge. Auf geht's. Gibt's heute halt einfach mal drei Bomben in einer Folge und keine doppelt, hoffentlich. Bei so vielen Experten. Ja, das stimmt natürlich. Aber wir können uns, glaube ich, wieder Fehler leisten, wenn ich das richtig gesehen hatte. Ähm, Smikos, komplexe Kabel. Lukas, Symbole. Arne, Kabel. Arne, für dich, gelb, schwarz, schwarz. Wenn du fertig hast, sag mir Bescheid. Smikos, für dich. Aus, Blau, Weiß, Stern. An, Rot, Blau, Kein Stern. Zweites. An, Rot, Kein Stern. Aus, Weiß, Stern. Aus, Rot, Stern. Und aus, Blau, Stern. Arne, Kabelsequenz raussuchen. Hast du gecuttet? Symbole. Habe ich jetzt. Symbole für dich sind das P, der schwarze Stern, das TB und die 3. Arne, Blau, äh, schwarz zu A. Warte, ja, Karten. Ich brauche Zusatzinformationen. Okay. Batterien, Parallelport und Seriennummer. Ob die U-Wart ist. Batterien 3, Seriennummer endet auf 4. Kein Parallelport. Äh, Arne, Blau zu B. Also den hatte ich, den ersten hatte ich. Jetzt kommt Blau zu B. Rot zu A. Rot zu A nicht. Okay. Lukas, hast du die Sequenz? Äh, ja. Okay, warte kurz. Guck schon mal nach Who's on First. Das kriegst du als nächstes. Blau zu C. Blau zu C, Karten. Blau zu B. Blau zu B, Karten. Schwarz zu C. Blau zu C, Karten. Kannst du kurz Pause machen? Ja. Lukas, die Sequenz? Ähm, TB, E, 3, schwarzer Stern. Äh, für dich steht im Display First. Arne, es geht weiter. Schwarz zu A. Warte, schwarz zu A. Nicht. Rot zu A. Oben rechts. Rot zu A nicht. Blank. Es geht weiter. Moment. Äh, rot zu B. Nicht. Okay, Moment. Äh, dann hätte ich noch... Ach, das war's schon. Äh, Morse-Code raussuchen. Lukas? Wait. Ja, hab ich. Im Display steht für dich... Your. Y-O-U-R. Bereit für Morse. Bitte rechts. Hold. Sequenz geht los, Arne. Kurz, kurz, lang. Ich bin raus. Ich sag, wenn die nächste Sequenz losgeht. Hab zu spät rüber geguckt. Soll ich? Ja. Your, also A-R-E. Zwei Wörter, ne? Ja. Hab ich. Ähm, im Display steht... Arne, es geht los. Kurz, kurz, lang. Pause. Ich bin schon wieder raus. Das geht so nicht. Scheiße. Im Display steht Your. Y-O-U-R. Bitte rechts. U. Nur U? Ja. U-H. H-U-H. Zwei Worte. Sure. Nein. Next. Nein. What? Fragezeichen. Ja. Perfekt. Äh, Lukas. Äh, äh, hier. Weißer Button mit Press. Arne. Ich probier's gleich nochmal. Ist das jetzt hier ein neues Modul, oder was? Button? Nee, den kennst du. Button ganz oben fast. Arne. Ach so. Jetzt hab ich wieder den Anfang verpasst. Fuck. Also mit... Oder willst du Maze machen, Luke? Ja, Maze. Labyrinth? Okay, dann mach das Labyrinth. Indikatoren auf 2, 1 und 2, 6. Also relativ weit links, ganz oben, ganz unten. Ich hab ne Lösung. Ja? Ja, okay, gibts durch. 2, 4, 5 schneiden. 2, 4, 5. Das war's noch nicht. Dann muss ich nochmal prüfen. Ja. Also 1, 3 oder 6 noch prüfen, bitte. Einer von denen muss ja noch. Wir haben nämlich keinen Strike. Also die waren alle richtig. Ja. Okay. Arne, ich warte jetzt nur auf den Anfang der Sequenz. Ich glaube, ich hab letztes Mal immer den Anfang nicht richtig gesehen. Ja, der muss falsch sein. Sonst wär's munter. Das geht nicht. Jetzt ist wirklich ne lange Pause, okay. Lang, oh scheiße, jetzt hab ich, oh, jetzt hab ich zu lange gesprochen, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn da los? Lukas, Indikatoren, äh, hast du, ne? Okay. Startpunkt ist auf 6, 3. Zielpunkt ist auf 3, 4. Warte mal. Such mir bitte einen Weg. Was steht auf dem Button? Ganz easy. Button sagt Press, okay? Easy heißt? Links. Unter. Links. Links. Runter. Ne, sind schon da. Das dritte Kabel auch. Lit Indicator. Lit Indicator. Car. Okay. Hold the button and hold. Hä? Button drücken und halten. Okay. Weiß. Weiß bei einer 1. Ja, Mist. Gerade vorbei. Jetzt muss ich neun Sekunden warten. Vielleicht Morse zwischendurch? Kannst du irgendwie Morse schon? Nee, ist auf der anderen Seite der Bombe. Bisschen Zeit. Okay. Nur noch der Morse-Code. Wir haben 2 Minuten 46. Okay, dann ganz entspannt. Ganz entspannt, genau. Ich mach dem Morse-Code mit. Ja, ihr könnt jetzt alle mitmachen. Es geht los. Kurz, kurz, lang, kurz, Pause. Kurz, lang, kurz, kurz, Pause. Kurz, 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 Pause. Lang, kurz, lang, Pause, glaube ich danach. Aber der vierte ohne Garantie. Der vierte Buchstabe ist ein S, das kann ein bisschen so sein. Kurz, kurz, lang. Passt nicht, nee. Nee. Mach nochmal. Hä? Ja, das ist das eine Sequenz, was man los geht. Das ist das eine Sequenz, was man los geht. Kurz, kurz, lang, kurz, lang, kurz. Wartet, es geht los, es geht los. Kurz, kurz, lang, kurz, Pause. Kurz, lang, kurz, kurz, Pause. Kurz, kurz, Pause. Ja, es muss Flick sein. Ja, ist es, ist es, ja. Drei, fünf, fünf, fünf. Na. Wow. Woo. Geil. Ich hatte beim dritten Buchstaben dreimal kurz verstanden. Ja, hatte ich auch das erste Mal so gesagt. Und dann war es ein S und dann blieb eigentlich nur Bistro übrig. Aber das passt so zum ersten Buchstaben nicht. Ja, Fistro. Fistro, genau. Fistro. Eine Minute 40 Zeit über gehabt noch. War sehr cool und kein Strike, oder? Kein Strike gehabt, ja. Und damit sogar hier die Sektion Moderat abgeschlossen. Was war Moderat? Als nächstes kommt dann schon Sektion 4 Needy. Und da kommen dann, glaube ich, die Needy-Module dazu. Die werden nochmal ein bisschen für zusätzliche Anspannung bei mir vor allem sorgen. Aber bis dem soweit ist, bedanken wir uns erstmal vielmals für's Zusehen und sagen bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. Tschö, bade.